Sie ging. Und mich führte ein greiser Hausdiener zwei Treppen hinauf. Vielmehr, erst fragte er nach meinem Gepäck, und als er hörte, es sei keines da, musste ich das, was er Schlafgeld nannte, vorausbezahlen. Dann brachte er mich durch ein altes, finsteres Treppenhaus in eine Kammer hinauf und ließ mich allein. Da stand ein dürres Holzbett, sehr kurz und hart, und an der Wand hing ein Säbel und ein farbiges Bildnis von Garibaldi, auch ein verwelkter Kranz von einer Vereinsfeier. Für ein Nachthemd hätte ich viel gegeben. Wenigstens war Wasser und ein kleines Handtuch da. Ich konnte mich waschen. Dann legte ich mich in den Kleidern aufs Bett, ließ das Licht brennen und hatte Zeit zum Nachdenken. Also mit Goethe war ich jetzt in Ordnung. Herrlich, dass er im Traum zu mir gekommen war. Und dieses wunderbare Mädchen, wenn ich doch ihren Namen gewusst hätte, plötzlich ein Mensch, ein lebendiger Mensch, der die trübe Glasglocke meiner Abgestorbenheit zerschlug und mir die Hand hereinstreckte. Eine gute, schöne, warme Hand. Plötzlich wieder Dinge, die mich etwas angingen, an die ich mit Freude, mit Sorge, mit Spannung denken konnte.